Gehört ihr auch zu denjenigen, die im Sommer jeden zweiten Tag zum Rasierer greifen? Die Alternative für länger glatte Haut? Beine wachsen. Und so funktioniert's. Das Wachs wird auf die Haut in Wuchsrichtung des Haares aufgetragen und sofort mit einem Stoff- oder Fließstreifen abgedeckt. Nach ein, zwei Sekunden wird der Wachsstreifen mit einem Festdruck gegen die Wuchsrichtung wieder abgezogen. Dabei werden die Härchen mit aus der Haut gezogen und bleiben in dem klebrigen Streifen zurück. Idealerweise wird warmes Wachs verwendet, denn Wärme weitet die Haarwurzel und macht dadurch das Wachsen weniger schmerzhaft. Heißwachs ist außerdem wasserlöslich, sodass Reste einfach abgewaschen werden können. Kaltwachs gibt es als vorgefertigte Streifen in jeder Drogerie zu kaufen. Diese werden zwischen den Händen erwärmt und dann auf die Beine aufgebracht. Vorteil? Die fertigen Streifen machen die Anwendung schnell und einfach. Nachteil? Das Wachs ist etwas zäher als sein warmes Pendant, was bewirkt, dass die Härchen abbrechen können.